Ich denke mal, wir sind ganz gut gestartet, eigentlich ähnlich wie wir die Punkte geholt haben am Anfang, ganz gut am Anfang und dann einen leichten Durchhänger gehabt, auch ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt, aber dann jetzt am Ende auf jeden Fall mit Aufschwung wieder in die Saison reingekommen, sagen wir es mal so. Erstmal für diese Saison ganz persönlich, dass wir die Klasse halten, dass wir uns dann in der Hessenliga etablieren und vielleicht nochmal den Sprung eine Liga höher schaffen, ganz klar. Am liebsten würde ich einfach nochmal acht Jahre zurückgehen und nochmal Champions League spielen. Nein, Quatsch, aber ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man verletzungsfrei weiter weiterspielen kann und so lange wie möglich, wie es halt geht. Über 30 am liebsten, dass man auch auf höchstem Niveau spielen kann und sich weiter immer fit hält. Das ist, glaube ich, das Hauptziel, das ich habe. Ja, ganz klar ein Titel. Also ich bin der Meinung, mit der Mannschaft, die sie haben, es fehlt vielleicht ein Top-Stürmer, aber ansonsten bin ich der Meinung, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, mit dem Titel mitzuspielen und vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn sie es vielleicht auch packen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.